Hallo Krebs! Am ersten des Monats hast du Sonnequadratmars. Am Monatsanfang könntest du etwas gestresst oder angespannt sein. Grund dafür sind bestimmte Veränderungen, die deine Anpassungsfähigkeit herausfordern. Eine Person kann dir Schwierigkeiten bereiten oder eine Planung im Hintergrund durchführen, ohne dass du davon etwas weißt. Das Finanzthema wird ab dem 15. Februar mit Instabilität verbunden sein. Am ersten des Monats hast du auch einen anderen Aspekt, welcher wichtig ist, und das ist Venus. Venus tritt in Wassermann ein. Bis 25. Februar können Abbrüche, Endungen und Wendungen in den Lebensbereichen der Versicherungen, Geldinvestitionen, Familie und Bildung eintreten. Diese sind nicht unbedingt negativ zu bewerten und du solltest bereit sein, loszulassen, wenn es notwendig ist. Wenn du in einer Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft lebst, dann wird man die gemeinsamen Finanzen in Ordnung bringen müssen. Zwischen 2. und 11. Februar hast du Venus Konjunktion Saturn und Jupiter in Wassermann. Du wirst eine neue Idee umsetzen wollen, die nicht von allen deinen Mitmenschen akzeptiert wird. Wahrscheinlich möchte man sich eine Freiheit erlauben, die problematisch sein kann. Unverschämtheit und Geheimtuerei sollte man unbedingt meiden. Und man sollte anstatt dessen mäßig handeln, also mit Mäßigung und Zurückhaltung. Das würde ich dir empfehlen. Wir haben dann zwischen 10. und 11. des Monats einen Neumond in Wassermann. Das Entstehen von neuen Kontakten und Freundschaften sind bei vielen Krebsen bis Monatsende begünstigt. Bevor du manche Änderungen in deinem Leben erfolgreich durchführen kannst, solltest du dich von alten Strukturen und Mustern befreien. Zwischen 12. und 17. des Monats haben wir Saturn Quadrat Uranus. Die Zeit ist noch nicht reif für eine tiefgründige Lebensänderung. Dennoch wird man an diesen Tagen feststellen, woran man noch arbeiten muss, um den gewünschten Ergebnis zu haben, den man haben möchte. Berufliche, behördliche und finanzielle Themen werden im Laufe 2021 eine besondere Herausforderung für die meisten Krebsen darstellen. Am 18. des Monats tritt Sonne in Fische ein. Bis 20. März können die Themen Gesundheit und Medizin in den Vordergrund rücken. Wenn dies der Fall ist, dann muss man eine wichtige Entscheidung diesbezüglich treffen. Ein Mann, den du sehr gut kennst, kann in großen Schwierigkeiten geraten. Zwischen 19. und 20. Februar haben wir Venus Quadrat Mars. In den Bereichen der Liebe, Partnerschaften und Finanzen sollte man ehrlich sein. Fremdgehen kann je nach Geburtshoroskop zum Thema werden. Am 21. haben wir Merkur direkt läufig in Wassermann. Bis Mitte März ist mehr Klarheit in Bezug auf ein Thema zu erwarten. Ein Problem, das dich seit langem beschäftigt, wird gelöst. Zwischen 22. und 25. haben wir Mars, Trigon und Pluto. Du dürftest viel zu erledigen haben. Es kann sein, dass eine Person oder Sache dich überfordert. Aktivitäten wie zum Beispiel Sport, Lernen und Bewegung sind mit dieser Konstellation besonders begünstigt. Wir haben am 25. Venus in Fische eingetreten. Bis 21. März wirst du dich mehr für das Haus, die Wohnung oder für die Familie einsetzen. Falls zutreffend, stehen neue Unternehmungen mit deinem Lebensgefährten an. Und dann zum Schluss haben wir zwischen 26. und 27. den Vollmond in Jungfrau. Es kann sein, dass du mit einem geliebten Menschen oder Bekannten unterwegs bist. Deine Teilnahme an einer privaten Feier ist mit dieser Konstellation am Monatsende nicht auszuschließen. Mein lieber Krebs, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit dem allgemeinen Horoskop für Februar 2021. Falls du eine Beratung für die kommende Zeit brauchst, kannst du diese auf meiner Homepage buchen. Vielen Dank und viel Glück im Februar 2021.